Wunderschönen Morgen, beziehungsweise mitten in der Nacht, hier sind wir wieder auf Übermöden. Heute nächstes Mal wieder weiter mit einem nächsten Teil der Botschaftsvorstellung. Na ja, wir haben geredet, kurzer Sinn, unser Bein ins Bett. Dr. Konzo, so nennt er sich und schießt jedem lachend ins Gesicht. Er macht es gern, hat Spaß dabei, denn der Gegner droht die übelste Schinderei. Schleicht durch Czerno, schaut in jedes Haus, findet dort auch die kleinste Bambi im Haus. Trifft er dort mal eine Frau, kleine Bam, die sehnt dann alle schwarz und vorher grau. Hoppt er mal bei Svetlo durch das Gras, so tötet er auch dich mit einem Clan. Lachen an das Zwaffe, denkt Loeschmidt, er tötet jeden auch mit dem Swingit. Zur TCC gehört er dazu, bester Bestandteil, ganz in Nu. Mal wieder wünsche ich euch das Behaltebund. – Bis zum nächsten Mal. – – Bis zum nächsten Mal.